Hi, willkommen zurück zu einem neuen Schulungsvideo hier zum Thema SYNC-CM auf Brandswick TV. Ja, liebe Leute, wir haben uns ein bisschen ins Zeug gelegt für euch und haben ab sofort neue deutsche Kampagnen für euch entwickelt, die ihr für euer Bowlingcenter sehr gerne nutzen könnt. Wie kommen wir zu diesen Kampagnen? Zuallererst einmal, wenn ihr im Hauptmenü, wie hier zu sehen, euch befindet, könnt ihr ganz einfach runterscrollen und dort gibt es schon ein paar empfohlene Kampagnen, die wir schon mal vorbereitet haben. Zum Beispiel brandaktuell das Thema Covid-19, die können wir uns ja gerne einmal ganz kurz anschauen, indem wir hier unter den Systemkampagnen auf Covid-19 Hygienekonzept gehen, können die jetzt beispielsweise einfach mal starten, aber die befindet sich dann noch nicht im aktiven Zustand, die muss dann natürlich erst noch mit diesem Reiter gestartet werden. Und da haben wir zum Beispiel ganz neue Grafiken für euch vorbereitet oder auch Werbungen für den Monitor, nicht nur zum Thema Corona, sondern auch zu ganz anderen Themen, wie zum Beispiel, schauen wir uns das doch mal gerne mal zusammen an, haben wir hier Bull4Life. Wenn ihr Bowlingcenter Bull4Life unterstützt, könnt ihr diese Kampagne sehr gerne nutzen. Wir haben eine Beispielkampagne für zum Beispiel Oktoberfeste angelegt, den Superbowl, der ja bald wieder stattfinden wird, Ostern, Openlane-App, Weihnachten, der Vatertag und vieles mehr. Die findet ihr übrigens alle unter dem Reiter Kampagnen und von da aus über eine neue Kampagne erstellen unter Systemkampagnen. Dort wird natürlich immer mal wieder was Neues ergänzt werden und hier haben sie Zugriff auf sämtliche neuen deutschen Beispielkampagnen, die ihnen bestimmt das Marketing und die Bindung zu ihren Gästen wesentlich erleichtern dürfte. Das soll es soweit gewesen sein. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns doch gerne an mail.brandswickbowling.de oder rufen Sie uns an über 04743-322-6050. Hier oben gelangt ihr übrigens noch zu unserer Playlist. Da gibt es weitere Videos rund um das Thema Sync CRM und auch nicht zu vergessen unsere Stringpin Schulungsvideos, ganz neu und auch vom Thema Sync, dem System selbst. Das soll es soweit gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal liebe Leute.